Nala, geh mal in dein Körbchen. Hast du dein Schrauber und Doppeltonne? Nö. Also manchmal schon, manchmal weniger. So Freunde, sind wir auf... Wir sind schon auf Sendung, ja. Ja, ähm, Ton ist bei beiden an. Hast du gecheckt schon, das vergiss ich. Ja, ja. Gut, nach anfänglichen Tonproblemen haben wir jetzt nochmal die Aufnahme... ...hat die Aufnahmeleitung die komplette Kontrolle über die Kamera übernommen. Und...passt jetzt alles? Jetzt passt alles, weil der Schatten nochmal... Ach komm, das wird laufen. Ey, warte mal. Nicht, dass er den Ton noch nicht übernommen hat. Der Chihuahua krabbelt zwischen den Leuchtungen. Das ist aber nicht schlimm. So Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Realtalk-Folge. Ähm, wievielte Nummer könnte das schon sein? 39, beziehungsweise eventuell auch 40, weil wir haben ja... Oder 41, wir haben noch einiges im Rücklauf. Wir haben noch 1, 2, genau. Aber auf jeden Fall... Auf jeden Fall ist das schon eine gute Zahl an Realtalk-Folgen. Einmal ganz kurz... Ich habe heute mit einem Kunden gesprochen, für den wir einen Satz Brayton-Felgen am Fertigmachen sind. Das kommt auch nochmal in der Realtalk-Folge dazu. Und ich habe ihn einfach mal gefragt gehabt, wie ist er auf uns aufmerksam geworden? Und dann hat er auch tatsächlich gesagt, hier Jungs, ich habe eure Videos gesehen. Und ihn hat, weißt du, welches Video ihn am meisten beeindruckt hat? Oder beziehungsweise ihm ein Gedächtnis geblieben ist, wo er gesagt hat, ey cool. Einer unserer ersten Videos war das. Das war mit dem Bagger draußen? Richtig! Und dann hat er gesagt, ey, richtig coole Idee mit dem Bagger. Fand ich ganz witzig, sagt er ja. Ich hoffe, dass wir auch im Sommer, wenn sich die Gelähnenheit ergibt, machen wir auch nochmal ab und zu mal einen Location-Wechsel. Aktuell ist es halt... Ja, aktuell ist alles düster kalt und es ist ja schon um 16 Uhr dunkel. Fürs Aufnehmen kannst du ja nur noch um 11 oder um 12 irgendwo hinfahren, sag ich mal um 13 Uhr. Aber da müssen wir auch ein bisschen Felgen beschichten, wir müssen noch arbeiten und so weiter. Deswegen... Haben wir zu mit dem Hund noch Gassi? Du störst gerade. Nala, geh mal in dein Körbchen. Geh mal in dein Körbchen. Zu dem Feedback von dem Kunden. Er hat sich auf jeden Fall sehr lobend die Videos erwähnt und sagte, es hat ihm sehr gut gefallen. Er hatte wirklich alles, dass wir alles gezeigt haben, wie das entsteht und so weiter. Fand er sehr, sehr cool alles. Und das hat uns dann dazu bestärkt, die Videos noch weiter intensiver zu verfolgen. Genau, vor allem schön ist es dann auch mal, ich sag mal, gängige oder beliebte Felgenmodelle dann auch vor allem mal in unterschiedlichen Farben zu zeigen. Das ist ja gerade das Spannende daran. Genau, das ist ja das Coole daran, dass wir dann im Prinzip ein Portfolio an vielen verschiedenen Felgen haben, in vielen verschiedenen Farben haben. Und wenn eine Felge, wie die KV1 zum Beispiel, die haben wir jetzt auch schon in verschiedenen Größen gezeigt, aber in derselben Farbe. Und dennoch wirkt das Offset immer wieder anders, weil die Konkarität ist anders, die Form der Felge ist immer noch anders. Wir haben mehr Fläche, weniger Fläche. Jetzt haben wir die KV1, hast du ja gerade eben auch gesehen, in Schwarz-Bronze, in dem Tiefmatten-Effekt. Die werden wir jetzt auch mal demnächst filmen. Ist auch nochmal ein ganz anderer Effekt an Felgen, obwohl sie dann, ich sag mal, das selbe Felgendesign, aber halt andere Farbe dazu ist. Genau, aber kommen wir zu unserer Felge, die wir heute hier im Petto für euch dabei haben, nämlich die Borbit S-Felge. In einer 20-Toll-Ausführung und zwar geht es auch wieder auf einen Winterradsatz. Also es wird als Winterfelge und Winterradsatz dienen. Der Kunde hat wieder in dem Fall das Komplettradsatz bestellt, sprich mit Winterreifen und natürlich dann den Felgen dazu. LDK-Sensoren. Ich fahr ja die ab, ey. Ich geh kaputt, ey. Ich glaube eine Leinunterhalterin hier, ey. Über einen Arsch durch, ey. Ey, das musst du einfach nicht, ich muss das auch von der Seite... Sprich, er hat dann gesagt, hier Jungs, ich habe das und das Fahrzeug. Ich bräuchte jetzt einen Winterradsatz, ja der Winter steht wieder vor der Tür natürlich so. Und macht mir doch mal bitte ein vernünftiges Angebot für einen Satz Felgen, einen Satz Reifen und einen Satz LDK-Sensoren. Und haben wir dann natürlich in dem Fall auch fertig gemacht, haben eben das Ganze... Ich frage mich ja, wo sie jetzt hin will. Geht auf einen aktuellen X5. Baujahr 2020 oder 2021 sogar schon. Wie gesagt, aktuell ist das X5-Modell und da hat er sich, wie es ja so üblich ist, ne. Man kauft ein Auto, hat nur einen Satz Sommerräder dabei und da muss man sich halt nur um Umsatz Winterreifen kümmern... ...und beziehungsweise auch um Umsatz Winterfelgen kümmern. Ja, 20 Zoll das Ganze hier. Gleiche Bereifung, also vorne wie hinten, gleiche Breite. Da hat er auch keinen Stress, mal vielleicht mal die Vorderen nach hinten zu machen... ...und die Hintern mal nach vorne mal nach einer Saison, um den gleichmäßigen Abrieb der Reifen auch mal zu gewährleisten. Was fährt der X5 im Sommer? Sind das dann 22, 23 Zoll? Tatsächlich ja. Also es ist jetzt mittlerweile, wie gesagt, die aktuellsten X5-Modelle, die fahren bis 22, 23. Da kannst du ganz easy da drauf fahren. Die Brayton LS, die wir jetzt auch für diesen X5-Kunden verkauft haben, die jetzt in der Fertigstellung sind... ...das sind glaube ich auch 22 oder 21, irgendwie sowas. Ich glaube, alles andere wirkt dann auch nicht richtig drauf, ne. Weil du willst ja nicht, dass die Felgen groß wirken auf dem Auto, ja, ist ja klar. Das ist wirklich, also guck mal, die X5-Modelle sind ja riesengroß mittlerweile. Erinnere dich mal an den allerersten X5, ist wirklich nur so ein kleiner... Er ist schon auch ein groß... Ja, klein war er auch nicht, ja. Klein war er nicht, aber ist auch schon gut. Aber wenn du jetzt mal ins Verhältnis setzt, wie groß der X5 jetzt aktuell ist, das ist ja wahnsinnig groß gewachsen. Oder nimm den X7, ne, da sehen 21 Zoll drauf aus wie Spielzeugfelgen halt, ne. Ist wirklich super, super klein. Aber so für den Winter ist das eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Geht in der 20 Zoll 9J-Variante, also rund um 9J. Und habe ihn auch eine sehr schöne IT dazu rausgesucht, hier von 20. Also wie gesagt, man sieht schon, die X5-Modelle nehmen schon von Haus aus mal so eine Felge als IT 20 mal schön auf. Um, ich sag mal, ein bisschen breiter auf der Vorderachse zu stehen. Weil, man kennt es halt oft, man hat so ein Zubehörrad dann halt, ne. Sich von irgendjemandem dann so verkaufen lassen, sag ich mal, ne. Und so die typischen Felgenhändler, die knallen dann irgendwie ein Rad raus und sagen, komm, das passt schon. Sondern dann sehen die meisten Winterfelgen dann immer total, ja, komisch auf den Fahrzeugen aus, weil die IT extrem weit rein geht, ne. Und dann sehen die Autos aus, als wenn sie so einen A-Schnitt kassiert hätten. Und wir gucken dann halt, wie gesagt, für unsere Kunden immer, dass das maximale, beste und schönste Offset auch wirklich dann gewährleistet werden kann. Dass die Autos schön breit dann stehen und wirklich auch schön stehen halt, ne. Wenn nicht einfach, Hauptsache, irgendein Rad drauf geknallt. Und, wie gesagt, das hat er aber auch bekommen. Schön IT 20 da drauf, sehr schön breit stehen. Ohne Spurplatte, ohne irgendwie Anbauteile halt, ne. Wo liegen wir denn preislich bei der Felge? Hast du das im Kopf ungefähr? Also der Kunde jetzt in dem Fall mit dem Satz Hancock ISAP 3 Reifen in der Größe 2,55, doch 2,55er fährt er rundum oder 2,75er. Ohne jetzt irgendwas falsch zu sagen, entweder 2,55 oder 2,75, ich hab's nicht mehr genau im Kopf, ist der unter 2.000 Euro für den Satz Felgen. Plus Reifen. Plus Reifen. Plus originale BMW-RDK-Sensoren. Unter 2.000 Euro ist das Ding inklusive Montage. Also komplett steckfertig, ticotacu, alles ist drauf. Nagelne Reifen, nagelneue Felgen, nagelneue RDK-Sensoren. Ja, ja, klar. RDK-Sensoren, originale BMW-RDKs, originale RDK-Sensoren. Die Ventile sind natürlich auch dementsprechend neu. Und klar, neue Reifen, neue Felgen halt. Und wie gesagt, unter 2.000 Euro in 20 Zoll in einer neuen J-Variante. Also das ist, wie gesagt, das musst du erstmal schaffen. Klar, mit einem Originalrad schaffst du das nicht. Also da fängt ein Rad so ab 1.000 Euro, 1.200, 300 Euro an. Da bist du so dabei halt. So ein Komplett-Radsatz in 20 Zoll. Wie gesagt, das ist jenseits von gut und böse. Wenn du bei BMW mal reingehst und sagst, ich hätte gerne 20 Zoll für ein X5. Aber das ist halt wie gesagt völlig normal. Aber was wir euch jetzt auch mal in dem Fall mit zeigen wollen. Wir haben aktuell auch die Borbit S als Rohling da. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und haben euch mal eine fünfte Felge. Das ist exakt dieselbe Felge. Auch 5x112er Lochkreis, 9J 20 Zoll. Und haben mal exakt das selbe Rad als fünftes Rad mitbestellt und sie mal entlackt. Um euch einfach mal zu zeigen, wie gut ist eigentlich ein relativ günstiges Felgenrad. Und was kann es am Ende? Ich sage mal, für mich als Felgenbeschichter geht es im Prinzip um die Gussqualität. Mir ist der Name und die Marke der Felge eigentlich immer relativ egal. Da kann Fossen, BBS, OZ oder weiß der Kuckuck was draufstehen. Oder ganz groß AMG reingraviert sein. Für mich ist entscheidend, wie gut ist die Gussqualität. Und das ist wirklich dann ein qualitativ hochwertiges Rad für mich persönlich oder nicht. Ich habe schon hier Räder gesehen und gehabt, die pro Rad 1.000, 1.500 und mehrere tausend Euro gekostet haben. Dann haben wir sie entlackt, 2 Teiler, 3 Teiler. Wir haben sie entlackt und dann haben wir gesagt, ach du Alarm, was ist denn das für eine Gussqualität? Löcher, Lunker, es ist original nachgespachtelt. Also es war wirklich jenseits von gut und böse die Qualität. Und da haben die Leute wirklich schwer Geld für bezahlt. Und wir möchten euch einfach mal darauf aufmerksam machen und die Augen weiterhin offen zu halten. Es muss nicht immer das Teuerste und Hardcore-Teuerste vom Teuersten sein. Es reicht auch, ich sage mal für den normalen Automobilfahrer und für den normal gebrauchten Winterradsatz muss es nicht die teuerste Felge sein. Weil die Qualität dieser Räder ist wirklich atemberaubend gut. Kann man ein bisschen ran? Genau, jetzt schauen wir mal. Jetzt sehen wir mal hier, die Felge ist jetzt rein chemisch entlackt und schon per gestrahlt. Also das ist jetzt so im Prinzip der Rohling. So würde sie natürlich, ohne sie jetzt vorher anzufassen, aber so würde die Felge bei uns jetzt in die Beschichtung reingehen. Sie würde noch abgeklebt werden, gestopft werden etc. Aber das ist so an sich der Zustand, in dem sie bei uns in die Beschichtung gehen würde. Man sieht hier keinerlei Gussfehlern. Man sieht hier keinerlei Spachteleinarbeitungen oder irgendwelche allgemeinen Ausgasungen oder sonstiges. Genauso wie im inneren Bereich, weil hier haben viele Felgen auch extrem viele Probleme. Die Felge ist jetzt nackig da. Wir zeigen euch mal zum Vergleich mal ein anderes Fabrikat von Felgen. Ich will jetzt nicht sagen hochwertiger. Aber auf jeden Fall eine andere Preisliga spielt, ja? Eine andere Preisliga, genau. Ob sie jetzt hochwertiger ist, das kann jetzt jeder selbst mal entscheiden. Sie ist auf jeden Fall teurer. Sie ist teurer, ja. Genau. Ich hole sie mal kurz. So, jetzt kommen wir hier rein. Komm ein bisschen näher. Und wir sehen schon mal sowas hier in den Speichen halt, ja. Ja, wie gesagt, das ist so, ich sag mal so unser Appell dann auch an euch, ihr müsst euch nicht immer die, ich sag mal die krassesten namens krassen Felgen zulegen, weil die Qualität am Ende ist halt auch schlaggebend. Und wie gesagt, ich persönlich, vielleicht sieht das ja auch der eine oder andere anders, ne? Vielleicht muss es immer die Markenfelge sein, wo man sagt so, guck mal, ich hab keine Ahnung, ne Z-Performance, ne Yilu-Performance oder ne BBS oder ne OZ als Winterfelge. Aber meiner Meinung nach Design, guck mal, auch schönes, konkaves Design, ne? Wirkt auch sehr schön. Schöne tiefe Wölbung rein. Man könnte jetzt auch eine, jetzt steh mal die Felge vor, in einer schönen geilen Farbe, hier so schwarz-bronze-matt oder was, so ein Seidenmatt da drauf als Finish. Und dann sieht das Ding auch mega genial aus, ne? Dann scheppert das Ding schön geil auf dem Auto. Vor allem am Ende, was bringt mir auch eine super teure, also am Ende ist ja auch vor allem das Finish allgemein, der Lack ist ja extrem wichtig, ja? Ja, klar. Also das ist ja fast noch viel entscheidender am Ende, als wenn ich jetzt eine Markenfelge habe, die mag vielleicht auch vom Guss in Ordnung sein, aber ist beschissen beschichtet worden, ja? Oder billig beschichtet worden. Genau. Ist ja genau das gleiche Thema, ja. Wo dann der Lack nach dem ersten Winter oder nach der ersten Saison dann einfach der Lack schon abblättert und abblättert und dann stehst du dann da, hast dann, keine Ahnung, 3.000 Euro für einen Ratzatz bezahlt, ne? Und dann blättert dir schon die Farbe hier überall ab und dann denkst du, ja, super. Ja, und du hast halt irgend so eine Orangenhaut. Ich meine, wir waren ja selber ein bisschen schockiert, als wir letzte Woche auf der ersten Motor Show waren, was da zum Teil ausgestellt ist, ne? Ohne irgendjemand jetzt schlecht zu machen, aber... Nein, 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 um Gottes Willen. Wie gesagt, wir wollen hier keine Leute jetzt irgendwie oder keine Marken hier schlecht machen. Wie gesagt... Das ist halt so eine neutrale Beobachtung, wo wir gesagt haben, es geht auf jeden Fall besser, ne? Auf jeden Fall. Das kann man ja nicht, kann man mal so stehen lassen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie gesagt, aber das ist halt so, jeder Hersteller hat so einen anderen Anspruch an sich selbst wahrscheinlich auch, ne? Der eine sagt dann, ach, das passt schon und der andere sagt, ne, das müssen wir nochmal nacharbeiten halt, ne? Definitiv, aber wenn ich halt für, ich sag mal, für eine Felge über 1.000 Euro ausgebe, da muss meiner Meinung nach auch das Finish in Ordnung sein, ja? Auf jeden Fall. Und da will ich auch keine, weiß ich nicht, so Lunker dann am Ende drin haben, das muss einfach dann passen, ein Stück weit, ne? Wenn ich sage, ich kaufe das für 1.000 Euro, ne? So ein bisschen günstiger, wie die Baubefellenkosten dann, ist das... Wie gesagt, was ich immer erschreckend finde, ist, wir, gut, der Allgemeinkunde, das auch nicht vergessen, der sieht ja die Felge auch nicht nackig, so wie wir sie ja jedes Mal sehen halt, ne? Weil wir legen wirklich die Qualität offen der Felge und gucken dann wirklich ins Detail, wirklich ins Innere der Felge quasi fast schon rein. Und der Allgemeinkunde, der hat ja gar nicht den Einblick dazu, halt so einen Klack der Felge jeden Tag zu sehen. Ne, aber eine schlechte Beschichtung kann er vielleicht auch erkennen, ne? Sieht man sofort, genau. Orangenhaken nicht durchlackiert. Gerade wenn man mal so viel nebeneinander hängen hat, Felgen, ja? Dann sieht man doch tatsächlich, oder sie mal anfasst, ja? Genau. Man fühlt wirklich das Raue, den Lack, dass es nicht durchlackiert ist. Jetzt auf der, wie gesagt, perfektes Beispiel, wie du gesagt hast, wir waren ja letzte Woche auf der Essen-Modoshow. Wir haben uns mal in Ruhe mal viele, viele, viele Felgen angeguckt. Und du siehst wirklich, und es waren auch wirklich die, es waren viele teure Hersteller, die wirklich schlecht beschichtet oder schlecht lackiert waren. Und dann wirklich dann so, ich sag mal, wenig bekannte Felgen, die waren wirklich top vom Finish. Und dann hat der Preis dann, wo man dann später mal nachschaut, so für eine 19-Zoll-Felge zahlt es ja 400, 500 Euro halt, ne? Okay, aber die, die dann 1000 Euro der Satz dann mehr kostet, ist das Finish ja viel, viel schlechter halt, ne? Und die holen sich dann das Geld halt über den Namen halt, ne? Weil die dann schon, ich sag mal, ein gewisses Standing in der Szene dann haben halt, ne? Und dann zahlst du halt dafür. Ja, klar. Ich sag mal, wenn du viel Marketing machst, das kostet super viel Geld, ja. Ja, auf jeden Fall. Und wenn du dir was aufgebaut hast, das holst du dir dann halt dann dadurch halt wieder rein, ne? Aber dein Resümee auf jeden Fall sehr gute Qualität und wie gesagt, Robert ist ja auch ein deutscher Hersteller, was natürlich nicht immer gleich auch hergeht, dass das auch in Deutschland alles produziert ist, ne? Also auf jeden Fall. Die Felgen, das kann man auch offenlegen, die Felgen kommen zum Beispiel jetzt hier aus Taiwan, dieses Modell jetzt hier. Ja. Wie gesagt, wir wissen halt einfach, wo die herkommen. Es ist auch kein Geheimnis, dass die hier nicht in Deutschland produziert werden. Das ist auch völlig, völlig normal. Aber dennoch, die Ansprüche stellt hier immer noch der Hersteller. Also du kannst ja auch in Taiwan eine Premium 1a Felge bestellen oder du kannst eine Felgen Noten Klasse 3 bestellen. Also es geht beides, ne? Es kommt immer darauf an, wie viel willst du ausgeben am Ende als Hersteller, ne? Und das macht Robert hier wirklich mit dem Ratzatz wirklich sehr gut. Von dem Lackierbild her, wie gesagt, die ist wirklich sehr, sehr gut lackiert. Das Silber ist sehr deckend, ist wirklich überall durchbeschichtet und so weiter. Und wie gesagt, ich bin wirklich sehr schwer davon begeistert, dass du für den schmalen Kurs wirklich sehr viel Felgen bekommst, ne? Und bevor ich mir irgendwas gebrauchtes, halb krummes, zerschossenes kaufe, gehe ich lieber zurück auf eine schöne Borbit-Felge. Eine interessante Sache nochmal ganz kurz dazu. Wie schaut es denn jetzt hier aus? Haben wir ABE? Haben wir Teilegutachten? Weil das letzte Mal hatten wir, glaube ich, eine ABE. Das heißt also eintragungsfrei. Wenn nichts am Fahrzeug verändert wurde. Richtig. Genau. Wie schaut es hier aus? Exakt dasselbe übers Spielen. Das ist halt auch das positive Anbohrbild. Die haben sehr stark flächendeckend ABEs anfertigen lassen. Und die Felge hat auch für den aktuellen X5 eine ABE. Das heißt, du kannst einfach draufschneiden. Es kommt noch Serienbereifung drauf und dann geht es los. Also sprich, du hast auch dann keinen Stress mit dem X-Drive bei dem X5. Weil allgemein die BMWs sind immer sehr zickig, was das X-Drive anbelangt. Wenn man dann eine andere Radreifenkombination als die Serie für die Autos gibt draufschneidet. Wie gesagt, da gibt es so ein bisschen Problematiken halt. Und hier gehst du hin und schnallst dann originale Reifengröße drauf. Und das Auto denkt, du hast halt ein originales Rad drauf. Und dann fährt sich das genauso smooth und entspannt, als wenn du ein originales Rad drauf hättest. Und wie gesagt, du musst es nicht eintragen. Du fährst einfach ganz entspannt. Jegliche Polizeikontrolle geht an dir vorbei. Du hast alles da safe. KBA ist da. Die Eintragung ist da. Du kannst damit zum TÜV fahren. Keine zusätzlichen Kosten. Keine zusätzlichen Kosten. Genau. Das ist ja das, was auch viele vergessen. Ja, ich kaufe mir dies und dies und das Rad. Ja, aber dann kommt nochmal die Eintragung. Dann kommt nochmal eine Einzelabnahme. Kostet schnell mal 200, 300, 400 Euro halt. Je nachdem, wie viel du am Auto umgebaut hast. Daher ist das schon eine sehr entspannte, ich sag mal für den normalen Autofahrer. Ich sag mal, das heißt normal. Jemand, der einen X5 fährt, dann als 20 Zoll, als Winterfelge fährt, ist ja, ich sag mal, Autoliebhaber auch schon. Aber der sich damit nicht so schwer viel vielleicht auseinandersetzen möchte und sagen, guck mal, ich möchte gerne ein schönes Rad haben. Und ein gutes Rad, ein großes Rad, das muss immer schön aussehen. Aber ich will mich da jetzt nicht im Detail mitten auseinandersetzen mit den ganzen Einzelabnahmen. Ist das genau das Richtige? Das ist einfach so. Oder jetzt hier die letzte Anfrage von Tesla. Wollt ihr einen sehr schönen Satz BBS Felgen haben. Gibt es auch eine ABE dazu für den Tesla Model 3. Bam, drauf, 20 Zoll, fertig und hast du keinen Stress damit. Zur Farbe, was du gerade angesprochen hast. Wir haben ein ganz normales, klassisches Felgensilber hochglänzende Beschichtung hier drauf. Beziehungsweise Lackierung, das ist eine Lackierung, keine Pulverbeschichtung. Ein einfaches, klassisches, Silber hochglänzend. In dem Fall wenden wir das Video. Ich denke mal, wir haben euch alle viele Infos geben können. Wie gesagt, falls da noch irgendwelche Fragen bestehen oder ihr euch unklar seid, welches Rad dürft ihr fahren? Welche Radreifen können wir dazu fahren? Schreibt uns kurz, nutzt den Vorabcheck bei uns auf der Homepage. Gebt uns einfach wirklich mal ein paar Eckdaten zum Auto. Welches Modell? Welche Motorisierung? Allrad? Nicht-Allrad? Und wie gesagt, Baujahr ist entscheidend. Und dann können wir euch wirklich da mal so zwei, drei Alternativen auch zunennen. Dann wissen die auch, um was es geht und können euch dann halt schneller und besser ein Angebot erstellen. Und beziehungsweise die passende Felge dazu zeigen und vorführen. Ja Freunde, in dem Fall verabschieden wir uns in die Teilaufnahmen. Und wir zeigen euch mal ein kleines Pörnchen jetzt aus dem Rolling, dem fertig beschichteten Rad. Und wie der Lukas die Rede auch natürlich wieder wie immer montiert. Fachmännisch und in dem Fall verabschieden wir uns. Bis dann. Fachmännisch und hier. Bis zum nächsten Mal.